Aber für uns ist es wichtig, dass wir uns in den Fondhof in Luxemburg haben. Hier haben wir 1 Kilometer... Das ist gut. Es wird sich nicht vorher. Naja, ich lade. Ich komm wieder auf den Schlamp. Na hab die Kruppe gedacht. Die nächste Zeit sind die erste Zeit. Ich bin da oben am hinten. Das war's für heute. Das macht es nicht so, dass es nicht so ist. Manche, dass wir nicht so gut sind, ob es nicht so ist. Ist das nicht so? Nein, es ist nicht so. Nein, wir sind so. Nein, wir sind so. Nein. Nein, wir sind so. Das ist eine große Herausforderung. Das ist der Ball vom Gefallen. Ja, gucke ich. Ah, nein, mein Ball ist gut. Ja, und der Rest... Der Rest, der Rest. Der Rest, der Rest. Der Rest, der Rest, der Rest. Ah, noch Stornen, ne? Oh, ja. Das ist schon gut. Für die Ottens. Ei, da war ein Koch. Ja, vom beachten. Ja, men das sind drin. Kyseg Das żad Якbon, n know?! Lachen Sie irgen? Ja, und ihr habt noch gefährlich. Ach, wer, mehrommes Aussagen? Ja... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Es gibt eine Regel, man kann es nicht auf den Lampen. Das ist der Tien, oder? Ja, okay. Oh, Biel! Ah! Ah! Putain! Que six devriez être juste à côté! Oui c'est ça... Il faut passer juste derrière... ... ... Oh, qu'est le BIT ? Oh, 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 oh. Es geht um die Seite. Es geht um die Seite. Das ist ein guter Lanzer. Das ist ein guter Lanzer. Das ist ein guter Lanzer. Ich werde mich auf den Tend. Nein! Es geht um die Lanzer. Es geht um die Lanzer. Wie in der Brille. Ich bin zuerst in eine solche Kuppe. Und wieder. Also hats. Ja, das ist ein guter Doppel. Ich würde mich nicht in die Lanzer-Tapel sehen, ich würde mich zuerst aussehen. Ich würde mich nicht in die Lanzer-Tapel nehmen. Ich würde mich nicht in die Lanzer-Tapel nehmen. Ich würde mich nicht in die Lanzer-Tapel sehen. Den Angriff Lanzer-Tapel nehmen. Du hast ihn nicht in die Lanzer-Tapel machen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020